Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einer wunderschönen neuen Stream-Erkündigung für heute Abend den 2. Advent oder auch den 8.12.2019 Ich möchte mit euch heute Abend mal wieder ein bisschen was spezielleres machen, denn die neue Expansion geht ja am Dienstag in den Release und einige Leute haben auch schon die Packs aufgemacht, weil man das ja wieder in diesem Fireside Gathering machen kann Aber ich möchte heute Abend mit euch einfach mal das Ganze durchsprechen Wir gehen auf Half-PWN, gucken uns die einzelnen Karten an, Dankeschön für diese wunderschöne Meldung Windows Das ist sehr, sehr nett von dir, aber die brauche ich jetzt nicht Wir werden uns heute Abend also alle Karten von Half-PWN angucken, oder besser gesagt, die halt auf Half-PWN angezeigt werden Und darüber mal ganz kurz quatschen, mir wäre eure Meinung dazu natürlich auch sehr, sehr wichtig und ich lasse euch an meiner Meinung teilhaben Ich bin mal wieder so vorgegangen, dass ich mich nicht habe spoilern lassen Ich habe mir noch keine fertigen Decks angeguckt Ich habe nicht das angeguckt, was die anderen YouTuber-Streamer und so weiter und so fort darüber gesagt haben Weil es gibt ja schon sehr, sehr viele Hearthstoner, möchte ich sie jetzt einfach mal nennen Die über irgendwie solche Premium-Accounts oder wie man sowas nennen möchte, schon Decks komplett released hatten Und dazu gehören Trump, dazu gehört Regis Kilwin oder wie er heißt Dazu gehört Crip, glaube ich auch, bin mir aber gerade nicht so ganz sicher Die konnten halt schon mal ein bisschen was voraufnehmen, das schon veröffentlichen, bevor sowas überhaupt draußen ist Und ich finde, das macht immer so an sich ein bisschen die Meta kaputt Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen Ich will wieder bastelig unterwegs sein, ich will wieder selber was erfinden Und dann schauen wir einfach mal, ob wir heute Abend da vielleicht schon mal ein paar Gedankenspiele anfertigen können Und vielleicht schon das ein oder andere coole Deck zusammen basteln können So, das soll es also gewesen sein Start ist wie immer zwischen 20 und 20.30 Uhr Und es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mit dabei sein würdet Dann hätte ich mal gesagt, haut rein Bis heute Abend dann Tschüss